So, heute gibt es mal einen etwas besonderen Schuh und zwar den Adidas Predator LZ und zwar SL. SL steht für Superlight und das ist die leichte Version vom Predator LZ Schuh. Dieser ist normal gewichtsoptimiert, wiegt ungefähr 200 Kamm in der Größe 44 und den Link zu dem Schuh findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Unboxing! Spannende Musik Spannende Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.